Tja, Stefan, das mit uns ist jetzt schon über ein Jahr her und ich wollte dir die ganze Zeit schon was sagen. Susanne, du bist bestimmt sauer auf mich und ich kann das auch voll verstehen. Nein, ich möchte... Ah, du Arme, du warst sicherlich total fertig. Immerhin war ich mit Gaby zusammen, bevor ich mit dir Schluss gemacht habe. Und Gaby... Sie ist meine Schwester, ja, ja, aber was ich dir eigentlich sagen will... Stefan, du musst dir keine Gedanken mehr machen. Ich habe jetzt einen Weg gefunden, um über die Sache wegzukommen. Ach ja? Ehrlich? Ja, spirituelle Erweckung. Ich gehe jetzt einmal im Monat zum Satsang mit Paul Loh und Paul sagt, wenn du deinen inneren Frieden finden willst, dann musst du dich von deiner Vergangenheit lösen. Oh, das ist ja toll. Sag mal, was sagt denn dieser Paul, was du machen musst, hm? Yoga oder meditieren, hm? Genau. Meditieren und Yoga und, ähm, und dir Arschloch mal so richtig Eis in die Fresse hauen! Yep, klappt.